Die Traditionsbrauerei im Füchschen in der Düsseldorfer Altstadt mit über 100 Mitarbeitern in Brauerei und angegliedeter Gaststätte produziert seit 1848 das liebste Getränk der Stadt, das Altbier. Aktuell sind es 32.500 Hektoliter jährlich. Dem nachhaltigen Umgang mit den Rohstoffen für gutes Bier, Wasser, Hopfen und Malz fühlt man sich seit jeher verpflichtet. Und so setzte man sich 2009 das Ziel, die Wasser- und Abwassermenge sowie den Einsatz an Reinigungschemikalien zu verringern und die Bierschwundquote, also die Verluste während des Brau- und Abfüllprozesses, zu senken. Wir hatten Kontakt über unsere Hausbank der Stadtsparkasse Düsseldorf mit Frau Dirschke bekommen, von der Effizienzagentur. Und mit Frau Dirschke zusammen haben wir dann den Weg gefunden, eine Anlage zu planen, die normalerweise nicht maßgeschneidert ist, weil bei unseren Räumlichkeiten ja es schwierig ist, etwas von der Stange einzubauen sozusagen. Also wir konnten also nichts Vorhandenes nehmen, was es schon gibt, weil unsere Räumlichkeiten sehr beengt sind. Der Ausschuss der Brauerei hat sich die letzten Jahre stark verbessert, sodass der Einsatz von Reinigungsmitteln natürlich stark vermehrt war und auch noch mehr Abwässer angefallen sind. Und darum haben wir in die Anlage investiert. Die Lösung? Mit Unterstützung der Effizienzagentur NRW und eines externen Fachberaters analysierte die Brauerei ihre Effizienzpotenziale mit dem Ökoeffizienz-Check-Handwerk und dem Pius-Check. Die Empfehlung der Experten war der Einsatz eines neuartigen ZIP-Reinigungsverfahrens. Cleaning in Place ist ein in sich geschlossenes Reinigungssystem, das auf Füchschens Bedürfnisse maßgeschneidert wurde und seit 2011 zum Einsatz kommt. Wir haben eine ZIP-Anlage hier installieren können, die es über innovative Verfahrenstechniken möglich macht, die Stapelgefäße, die notwendig sind, unabhängig von der ZIP-Anlage im Unternehmen aufzustellen und somit eben halt den Platzbedarf auch zu reduzieren. Das ZIP-System reinigt alle Anlagenteile ohne Demontage für das ungefilterte Rohbier sowie das gefilterte Bier in Lagertanks und Braukessel. Das Verfahren ist ein Erfolg. Da wir eine kleine Hausbrauerei sind, hatten wir vorher natürlich solche innovative Technik nicht bei uns und wir sind jetzt da froh und stolz darüber, so etwas einzigartiges haben zu dürfen, eine maßgeschneiderte ZIP-Anlage, die die Ressourcen schont. Im Rahmen der Pios-Finanzierung, die von der Effizienzagentur angeboten wird, haben wir uns kundig gemacht, welches Programm hier für diese innovative Maßnahme besonders geeignet ist. In 2011 konnten wir zurückgreifen auf das Investitionsprogramm Abwasser der Landesregierung NRW, sodass wir dort einen 50-prozentigen Zuschuss für das Unternehmen Füchschen generieren konnten. Die Traditionsbrauerei investierte 150.000 Euro bei einer jährlichen Ersparnis von 20.500 Euro. Wasser- und Biermischphasen können verringert sowie weniger Laugen und Säuren verschleppt werden, was zu hoher Einsparung bei Abwasser- und Reinigungsmitteln führt. Die Fassreinigungs- und Abfüllanlage wird ebenfalls modernisiert und durch einen Manipulationsroboter ergänzt. Die umgesetzten Maßnahmen halfen, den Bierverlust bei der Befüllung erheblich zu senken. Durch den Einsatz moderner Technik ist in der Brauerei Füchschen vom Leergut bis zum gefüllten Fass ein Kreislauf entstanden, der eine verkürzte Umlaufzeit der Mehrwegverpackungen und platzsparende Lagerlogistik ermöglicht. Eine 164-jährige Brautradition, Nachhaltigkeit, Produktqualität und Unterstützung von starken Partnern – gute Voraussetzungen für das 21. Jahrhundert.